hallo und willkommen hier bei einer neuen folge Snowrunner und wir sind hier immer noch bei dem auftrag nasse ernte und wir sind auf dem Weg zum Lager aus dem Lager O Und das regnet schon wieder mal. Wir sollen Ziegel holen. Und das regnet schon wieder. 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 Der Boden ist wieder aufgeweicht. Und das regnet schon wieder. Und das regnet schon wieder. Und das regnet schon wieder. Der Tankinhalt. Aber ich denke mal. Das schaffen wir. Und das regnet schon wieder. 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 zweimal. Und die bringen wir jetzt zurück zur Farm. Und die bringen wir jetzt zurück. Vielen Dank. 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 So, einmal vollgetankt. Zu weit weg, sagt er. Dann bringen wir mal die Ziegel zur Farm. Und dann ist auch die Mission. Und dann ist auch die Mission beziehungsweise das Video hier auch, denn wenn wir erfahren sind, zu Ende. Dann sage ich mal, dann sage ich mal, dann sage ich mal, dann sage ich mal, Leute, vielen Dank fürs Supporten, zuschauen, anschauen und so weiter. Dann kommen wir hier, dann kommen wir hier, dann kommen wir hier lang. So, so. Okay. Und, jetzt fahren wir, dann? So, jetzt fahren wir mal. So, jetzt fahren wir mal über das Feld. So, jetzt fahren wir mal über das Feld. also gehört zum Mission beziehungsweise Erfolg also nicht wundern warum ich jetzt hier einmal durchs Maisfeld heiz so das soll es denn erstmal für heute hier mit diesem Video von und aus Snorana gewesen sein sage ich mal bye bye und bis zum nächsten Mal